Das ist das, was ich unseren Gründern und euch mitgeben möchte. Es ist super hart, Dinge auf den Punkt, ganz simplifiziert zu bauen. Ein Produkt wirklich einfach zu designen, sodass es ganz simpel ist, aber trotzdem funktioniert, das ist eine echt große Herausforderung. Und das wurde mir diese Woche nochmal klar bei einem Problem, das ich habe beim Grillen. Nämlich, man will wissen, stellt euch vor, das ist Fleisch, wie heiß ist das Ganze eigentlich innen drin? Nämlich ist das Fleisch schon medium, medium rare oder well oder wie auch immer. Und da ich nicht so der Mega-Griller bin, nehme ich mir dort manchmal eine Werkzeugshilfe. Steckt man also da rein, stellt euch vor das Fleisch, zack, und dann muss man wissen, wie viel Grad ist da innen drin. Und das hier war mein bisheriges System. Es ist von Napoleon, eigentlich eine super Firma, aber ein Riesengerät. Ich habe hier einen Kabelsalat, den ich hier hinten irgendwo reinstecke. Und es geht, ja, aber es ist sehr, sehr umständlich. Und jetzt habe ich ein neues Produkt gefunden. Das sieht so aus. Das macht exakt das Gleiche. Hier ist mein Pin, den ich hier reinstecke. Er verbindet sich per Bluetooth mit meinem Smartphone. Da sehe ich dann, welche Temperatur das hat. Ich habe auch die ganzen Push-Notifications und so weiter. Ich stecke es hier in diese wunderbare Holzhülle. Zack, lädt es einfach hier hinten drin. Sind ganz schön gemacht mit Holzbatterien. Und ich habe exakt das gleiche Ergebnis. Und das hier, dieser ganze Kabelsalat mit dem Riesening, wird einfach dieses einfache, kleine, schöne Holzding. Und das ist das, was ich unseren Gründern und euch mitgeben möchte. Es ist super hart, Dinge auf den Punkt ganz simplifiziert zu bauen, sodass gerade alles das, was man wirklich benötigt, dabei ist, aber eben kein Kabelsalat entsteht. Und das war für mich nochmal ein Beispiel. Ich freue mich einfach, dass ich so viel weniger Müll sozusagen in meiner Schublade jetzt habe zu Hause. Sondern einfach nur dieses eine kleine Ding. Und das ist eine tolle Sache, wenn man Produkte so designt. Aber ich weiß, eine sehr große Herausforderung.